Musik So, und jetzt kommen sie langsam da, wirklich in die Post von Württbach Freiwarttauer Fahrtag unter anderem natürlich mit dem Präsident Rolf Hobie in Heismar ganz herzlich willkommen und danken ihm ganz herzlich für die ganze Organisation er leitet die Organisation von der Fahrtau und Basmacht jedes Jahr Rolf Hobie Ja, wunderschön! Rolf Hobie 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 Der Holgas Pass mit Ihrem Motto 2-Hitrischen gestalten, damit geht es nicht üblich. Und alle machen mit mit der Gucke am Offen! Untertitelung des ZDF, 2020 Gau an und alle tanzen mit! Applaus für die Gucke am Offen! Und dahinter sind wir tieflich gestanden mit der Nummer 3, Vollgas Pass! Herzlich willkommen bei uns an der Wartauer Baddorf! Und Sie feiern ein Jubiläum dieses Jahr! Herzliche Gratulation, 10-jähriges Jubiläum Vollgas Pass! Gucke am Offen! 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 Und der Vollgas Pass! Und Sie haben einen typischen Wagen dabei! Dann wird man nicht vergessen, das Vollgas-Bass mit Ihrem schönen, türbigen Wagen mit einem Haufen Skelett dran. Vollgas-Bass, herzlich willkommen! So, und alle hier, sehen wir natürlich mit Pamela Anderson, mit ihrem Motto Baybox. Heisst aber ganz herzlich willkommen, Wagenbau-Suldishof-Team. Sie sind zum nächsten Mal hier bei uns, mit ihrem Motto Baybox. Sie haben zwei Jahre, mit dem ich heiße noch, von Pamela Anderson angewiesen, aber... Was? Die Basis-Bass mit Ehrein von Feinti? Ja, aber das muss ich noch sehen, dass auch nicht der erste Jahr. Ja, und mit Nummer 16, da steht, dem Landwirt sei Dank, keine Ahnung, ob das eine Anspielung sei, auf Bauern oder auf eines Einigrass. Im Landwirt sei Dank, was ich das Motto von der Hintersten und der Lettsten. Sie sind gründet worden in 2017, also noch nicht so lange, und sie sind seit dem Jahr 2017 gründet worden. Heisst, zum vierten Mal bei uns Gast sind... Die Schellner und Skalger, Schloß-Brücker und Schellner, sie sind auch in der Mitte. Möchen, Möchen und Schellner und Schellner. Und wir heilen die ganze Herde den Fahler, unsere Kiederschmaler, Mischer und Skalgerner. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ja! Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin gut, heisser bin ich nicht mehr. Da musst du etwas sehen. Wir müssen den Wagen mal kurz an die Schuhe erhöhen. Jetzt ist er noch kurz zu zücken. Ich faszinier mich gut. Insgesamt 41 Mitglied. Töne. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Applaus Untertitelung. BR 2018